Das Dschungelcamp kehrt schon in diesem Jahr ins Fernsehen zurück, mit vielen Teilnehmern aus den vergangenen Staffeln. Dschungelcamp – All-Star-Staffel kommt noch in diesem Jahr. Am Sonntag ist die Jubiläumsstaffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus. Mit einer strahlenden Siegerin zu Ende gegangen. Lucy Diakowska, 47, setzte sich deutlich mit 64,4% gegen die zweitplatzierte Leila Lahua, 27, durch und tritt damit in die Fußstapfen von Jamila Rowe, 56. Die 20. Staffel brachte RTL erneut Traumquoten ein. Für die Fans dürfte es deshalb eine Riesenfreude sein, dass sie nicht ein ganzes Jahr auf neue Dschungelcamp-Abenteuer warten müssen. Beim großen Wiedersehen am Montag, 5. Februar, ließ Moderatorin Sonja Siedlow, 55, die Bombe platzen. Wir sind schon im Sommer zurück. Mit einer All-Star-Staffel – Dschungelcamp-Special in Südafrika. Dr. Bob, 73, gibt auf Instagram einige Details preis. Ich habe wirklich tolle Nachrichten für euch. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass der 20. Geburtstag von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus – ist. Und deshalb haben wir ein ganz besonderes Geschenk für euch. Diesen Sommer wird es ein Dschungelcamp-Spezial geben. Mit allen Dschungelcamp-Legenden und natürlich mit mir. Wir sehen uns in Südafrika. Eine Dschungelcamp-Staffel mit ehemaligen Teilnehmern wünschen sich die Fans schon lange. Nun geht dieser Wunsch endlich in Erfüllung. Wer noch einmal in den Dschungel zieht, steht noch nicht fest. Die Fans werfen aber schon jetzt einige Namen in den Raum. Die Zuschauer würden sich auf ein Wiedersehen mit so einigen Promis freuen. Während viele User von den Stars der diesjährigen Staffel erst einmal genug haben. Fordern andere, dass Mike Heiter, 31, nach dem Drama mit Kim Virginia Hartung, 28, eine zweite Chance bekommen sollte. Mit Mike, als Entschädigung für ihn, kommentiert ein User etwa.